Bludenzer Weihnachtsgewinnspiel – Einkaufen mit Gewinnshows in Bludens Bereits am 14. November startete das diesjährige Weihnachtsgewinnspiel der Wirtschaftsgemeinschaft Bludens. In allen teilnehmenden Betrieben erhalten Kundinnen und Kunden eine Glückskarte und damit die Chance auf Einkaufsgutscheine im Gesamtwert von 6.000 Euro. Im Rahmen von Reizejungen werden die Gewinne verlost. Die Gewinnübergaben finden jeweils am Freitag im weihnachtlichen Ambiente des Bludenzer Christkindlmarktes statt. Der Hauptgewinn in Höhe von 1.000 Euro verspricht abwechslungsreiche Einkaufserlebnisse in über 80 Bludenzer Fachgeschäften und Gastronomiebetrieben. Bludenzer Weihnachtsgewinnspiel – noch bis 18. Dezember. Viel Glück!